Ja, der Hund will in den Schrank. Schwinde. Fick dich! Du bist doch so ein kleiner Scheißkerl, Alter. Du mieser Kleiner, ich hab's mal wieder geschafft, Alter. Ich muss ihn da runterhauen. Ja! Nein! Das klang sehr schön. Nein! Ich hab's nicht aufgelaufen, mach weiter! Ich hab's trau! Juhu! Ich hab keinen Bock mehr, ich hab's trau! Ich warte auch schon zweimal. Das ist doch Bobbyhaft, ey. Ich komm da nie drauf. Weißt du? Ich weiß gar nicht mehr. Boah, der Hund stinkt, ey. Ich wollte mich gerade freuen, weißt du? Nein! Und drück halt nochmal Fett-Leertaste, ne? Ja, also, als ich hier angekommen bin, hatte ich auch nochmal etwas geschrückt. Bin aber zum Glück nur auf dem letzten Block irgendwie drauf hängen geblieben. Ich seh nix, ich seh nix! Ja, dann lauf doch einfach. Oh, nein! Oh, Mann, ich hab's geschafft! Das war der Sprung aufs Warte, ey. Der ist eigentlich simpel, der Sprung. So, jetzt komm nochmal an mich ran, du Junge. Du Junge von... Du Junge! Naja, du musst einfach drum rumspringen und die Maus halt so verziehen. Also, nicht zu weit den Bogen machen. So nah am Glas, aber nicht so, dass es sich ausbremst. Ja, fast. Wie schafft man denn den ersten verfickten Sprung? Weiß ich nicht. Zauberei! Nein! Fick dich! Verdammt! Ich hab' zurück auf... ...aufm Boden der Tarza! Ja, ja, ich auch. Bin grad so aufgeklatscht. In der Flöpfl- ...dann sah ich doch noch aus! Ag, Agarmark-Flame, eh. Die hab' ich grad abgelenkt. Ihr habt was wichtiges. Vielleicht will noch einer noch 100 Leute haben. Aha! Nein! Huch! Ups! Nicht, eh, respawn, danke. Leiflings hast du auch wieder rüber geschafft! Ähh fast. Nein, achso. Alter, ich krieg' dir nicht hin, ey! Weißt du, ich... Ich überspringen! Ich will nicht überspringen! Achso. Ich will die eigentlich nicht machen. WUH! Chat mal bitte nicht! Das ist offiziell! Fuck, ich will an den ran. Warte, ich will an den ran. Mach dich weg. So. Rache. Rache. Rache ist Blutwurst, mein Junge. Rache ist einfach nur Blutwurst. Einfach nur Blutwurst. Einfach nur Blutwurst. So auf die Bände zu zerstören, du Penner. Du bist so'n Affe, gell? Rache. Rache. Irgendwann der Christ. Ja Seth, mach doch mal nacht und stell die mal hier so hin, bitte. Ja, warte mal ganz kurz. Ah, schön besser. Ey! Huch, ich muss auch noch schlafen. Moment. Du bist so'n hässlicher Gammler, ey. Und hier hab' wieder Creative. Hallo. Ich hab' mich eigentlich keine Aufrechte hier. Du keine bekommst von mir. Ups. Null. Oh nein. Das war doch hässlich. Du bist hässlich. Das liegt grad voll bei mir. Wann tut es das nicht? Fick dich! Alter, ich hab doch gar nichts gemacht. Was soll denn der Scheiß? Was hab ich dir getan? Wuhuuu! Oh, nice. Oh, verkackt. Nein! Oh, warum bin ich hier jetzt nicht hingeblieben? Ne, runtergeschlagen hat dich diesmal niemand. Doch, schon hättest dich eh runtergeschlagen. Ne. So. So arschig. Fuck, Alter. Da schafft man das und dann fällt man runter. Mit einer Eleganz hat er das jetzt geschafft. Wer? Ja. Ach du! Ich? Ja, stimmt. Na, da gehen sie Sprung für Sprung halt durch und testen ob der Sprung machbar ist und das war erstmal wahnsinnig. Den Rage-Test machen nur die, die zu- äh Quatsch, die Tester halt. Also die, die die Map halt haben wollen. Ey, er ist einfach so ein Arsch. Weißt du, ich schaff's und er schlägt mich runter. Warum nicht? Na, Alter, schaff ich nicht mal mehr den ersten Sprung. Felix, jetzt hör mal wieder auf mit dem Scheiß, weil sonst quitte ich und zocken wir eine Runde. Lol. Na, bist du nett. Das ist wenigstens schwarz. Ich seh, ich seh gar keinen von euch. Boah, ich schaff nicht mal mehr den ersten Sprung. Ey, sollst nicht in der Ecke rumstehen und flamen. Halt die Klappe, ich, ich kauf mir grad einen Champ bei LOL. Ich hab mich jetzt noch Geld. Hä, was? Ja, ich kauf mir grad einen Champ bei LOL. Ja, warum, warum spielst du noch LOL? Du sollst hier Jump Run machen. Ah, Junge, ich hab's nur noch offen. Ja, dann mach's mal zu. Ich will den Champ jetzt haben. Mach's mal zu. Und kauf den Champ später. So, Champion. Jetzt steck dich niemand. So, kann ich den nicht erwerben. Ach so, jetzt kann ich ihn erwerben. Komm Felix, wir müssen ihn slayen. Und tschüss. War wer dein letzter Schlag gemacht? Ey, ich war dein letzter Schlag. Warte mal, das Wettband sehen sie, Alter. Ha! Ich war's. He he. Bam. Ich hasse dich. Och, welche Hure war das jetzt? Ich. Sepp, ey. Ja, echt mal. Was soll denn das, Sepp? Okay, also ich hab's raus. Okay. Oh mein Gott, Felix, zieh es! Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Er hat den Block kaputt gemacht. Katze Klick nicht. Ey Felix! Er hat den Block kaputt gemacht. Ich hab ihn runtergeschlagen jetzt. Ich. Ups. Ja, du! Oh! Jetzt hab ich Game Mode 12, ey. Verdammt. Felix hat den Block kaputt gemacht. Ey, der Molucke muss noch runter. Der ist drüber gesprungen. Ich hab ihn schon runtergeschlagen. Eisen? Dann mach ich den Diamanten. Nö. Aber jetzt zieht man nicht mehr, jetzt ist das Schwerter. Ist mir doch wurscht. Frag! Bambam, bumm, bumm! Verstanden, ich wollte das Block da wo hinsetzen. Ich hab meinen iPod nicht in der Nähe, sonst hätte ich jetzt so gut. Das sind meine neue Instant-Button-Patch. Hoffentlich ist das da ein Schilder zu tun. Ja, wie gesagt, ich hab ja einen anderen Instant Button. Muss man mal die genaue Bezeichnung von der App nennen, dann haben wir übrigens die gleiche. Das ist doch einfacher. Instant Button. Heißt einfach wirklich Instant Button? Okay. Ja, da ist einfach Instant Button. Zwischen bei iOS und Android gibt's ja auch wieder unterschiedliche. Ja, das ne ist glaube ich nicht. Double Kill! Zumindest nicht namentlich. Weil wenn, dann ist ja von einem anderen, äh, äh, Ersteller halt. Triple Kill! Sag mal auf hier so ne Scheiße, du sollst springen, man! Oh Mann! Willst du wieder bei den Obsidian, soll ich wieder den Gamo, den ich da drunne schlagen oder was? Tierverdötung! Konter! Oh, du hast nur mein Penta versaut wenig. Scheiß Regen. Lass den an, den gehört zu Minecraft dazu. Nein, den, der stört aber. Der verwirrt mich. Der verwirrt mich. Der, äh, verwirrt mein Ghi und mein, äh, ne? Und so. Weißt du, was der auch macht? Der verdirbt den Fluss, gell? Da fallen ja die Tropfen auch nicht drauf, gell? Da wird so schwerer, dann schaffst du die Spiele nicht. Das ist so, genau. Meine Kleidung sagt sich voll, mein, mein Todesmantel, weißt du, du. Das ist nicht unangenehm. Da riecht man wie so ein Stingender Hund, weißt du. Das ist halt... Voller war's da. Fuck, ey. Ich glaube, ich mach da wirklich wieder Glas her, da sieht man wenigstens, wo wir hinspringen. Wer ist einfach im Weg? Er hat mich geschlagen. Ich hab dich nicht geschlagen. Was soll denn das? Was soll denn die Unterstellungen? Schick dich. Au, mein Knöchel. Alter, du bist nicht in der Erfassung irgendwelchen Vordergrund. Nein! Warum nicht? Warum nicht? Was hält mich davon aus? Wollung, ihr Kind! Was? Guck mal, ich hab dir... Das war ein freundschaftlicher Klaps. Das war die Vernunftsschelle. Seht ihr da noch? Warte mal, wenn ich dir dann, wenn man auf Paradour oben draufsteht, in der Vernunftsschelle geht. Denk dran, wir haben da fünf Leben. Wenn ich alle fünf verdorben hab, darf ich rumfliegen und scheiße wollen. Ja, aber es sind drei Nexose. Was willst du denn da machen? Ich denk, es sind 30. Ja, mein ich. Ach, ja, 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 ja. Wir sind 30. Ich hab die Map überarbeitet. Ich glaub, es waren noch 20 oder so. Ach, so lange sie noch 20 sind. Ja, ich... Was soll das? Nein! Hey, wenn da fliegst du mit, Junge? Junge! Felix, warte mal ganz kurz her, bevor du mich runterschlägst. Nein! Ich bin nicht Felix, sorry. Ich mach da jetzt, ich mach da jetzt Bedrock hin. Nein! Du sollst nur den einen Block da kaputt machen, wenn du wieder durchgucken kannst. Die Verfügung hat der Map-Ersteller gegeben. Das musst du... Das ist immer noch nicht, wo du hinspringen musst. Natürlich sieht man das jetzt. Was? Oh, da ist so... Da ist so... Da ist so... Wir haben einen Friedenspakt, okay? Okay. Aber nicht mit Felix. Da hab ich auch was sagen. Alter, was steht... Marcel! Das war's mit dem Friedenspakt. Oh doch, pass auf. Okay. Felix, das war's mit dem Friedenspakt. Wir hatten hier einen. Ich seh nix! Hui! Pfff! Der Felix, bis unten durch. Was ist verkackt? Oh! Schlecht! Bei deiner Mom und... Ja! Ich glaub Felix, das geht gar nicht in den Rage-Mod. Na, wir haben einen Friedens-Mod. Wir... äh, einen Friedens-Mod. Der Friedens-Mod. Fuck! Hast du das gesehen, wie das bei mir gerade ge-guruht hat? Ja! Gut! Ja! Der Friedens-Mod. Der Friedens-Mod. Ja! Der Friedens-Mod. Der Friedens-Mod. Verdammter Mist. Guck mal, wie er da rumgeil hat. Schlagen wir da hinten, guck! Nein, ich glaub gern jetzt nicht. Geil, Alter. Geil, geil, Alter. Er wartet nur darauf. Nein! Huuu! 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 Also ich komm nie auf den Block danach, nach diesem Wohl! Ja! Das geht mir auch so! Da verkack ich auch... Huch! Ich komm nie auf den ersten Block! Ja, ich auch nie, ey. Der ist so schwer! Nein! Ich wurde gekickt! Nicht von mir! Felix! Einfach ein Keimiger! Er kann es einfach nicht sein, dass er... Ich muss Marcel kicken, weil ich meine Macht missbrauch! Und nochmal! Felix, jetzt hör auf! Soll es weiterspringen! Da soll er aufhören! Ja, wie soll ich denn weiterspringen, oder? Da soll er aufhören! Ja, wie soll ich denn weiterspringen, oder? Puh! Und nochmal! Alter, guck mal wie weit ich bin! Guck mal wie weit ich bin! Guck mal wie weit ich bin! Alter! Nee, oder? Ich seh's gerade! Alter Scheiß! Jetzt muss ich das schaffen, ey! Okay! Jetzt Padong mich erstmal! Ja, Felix Padong ihn mal! Ich bin grad beschäftigt! Ich hab keine Ahnung wie das geht! Pardon, Marcel! Pardon, Marcel 5! Ich trau mich nicht, ey! Ich trau mich nicht, ey! Ich trau mich nicht! Die neue A-Ram-Netz! So! Sepp muss das machen! Warum hast du dich jetzt... Warte! So, bist du diopt! Er hat bestimmt gestiopt, oder? Ja, hat er auch! So, jetzt fahr dich runter! Weißt du, jetzt hab ich dir... Fuck it! Ich trau mich diesen Sprung einfach nicht! Ich trau ihn mir nicht zu! Sepp, warte! Ich zeig dir, wie der geht! Fick dich, Alter! Nein! Mann! Alter, der letzte verdammte Sprung, Alter! Da macht er so ne Scheiße! Ich glaub's nicht! Wir haben das schon festgestellt, dass ich ne Arschloch ist! Ja, echt mal, ey! Alter, der letzte Sprung muss natürlich nochmal so ein Kacki sein, ja! Alter, ich glaub, wir schaffen die 100 noch, ey! Voll 100, das glaub ich auch! Das kommt nämlich danach noch! Ich will's aber nicht, Sepp! Ich auch nicht! Ich will auch jetzt so langsam fertig werden mit dieser Kackmap hier! Ups! Hätte man selber ne bessere ausgewählt, weißt du? Das liegt gerade so an dir! Hä? Ich hab's überhaupt nie ausgesucht! Ich auch nicht! Ich hab's grad voll in den Block reingetan, was ey! Weil ich einfach kann! Weil ich einfach kann! Ja! Habe ich so schaffe Ihnen das jetzt nicht! Oh, jetzt hab ich nen Guru, ey! Oh, jetzt hab ich nen Guru, ey! Oh, jetzt hab ich nen Guru, ey! Oh, jetzt hab ich nen Guru nicht gehabt! Ey! Hey! Oh Mann! Oh, jetzt hab ich schon wieder nen Guru! Ui! Pfff! Oh! Scheiß Guru! Huch! Dann bin ich nach hinten durchgeflogen! Felix freut sich erst mal auf den letzten Sprung! Oh nein! Oh! Boah! Nicht immer nach hinten runterfallen! Alter Felix! Ich mach überhaupt nichts mehr! Du wolltest den Block abbauen! Nein! Ich wollte ihn schlagen, weil das so hässlich ist! Haha! Juh! Ich auch! Ah nein! 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 Wohin! Stimmt! Ah! Ah! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Fakesfrieden, okay! Oh mein Gott! Letzter Sprung schon wieder, ey! Das ist doch zum Kotzen, ey! Wo muss das denn so ne Scheiße sein? Aber wie? Wieso komm ich hier nicht durch? Ich bin am letzten Rand des Blocks und komm nicht durch! Nein! Hä? Was soll denn die Magie-Scheiße? Ich komm nicht mehr durch! Hä? Wie? Ist mein Ernst? so ne Klasse? Doch das ist der allerletzte Sprung! Das ist der letzte Sprung! Ich bin schon zweimal dort gewesen und zweimal verkackt! Seine Wand zerschlag mal dort einfach! Nö! Nö! Wird so einfach! Nö! Wenn ich da zuerst ankomme, werde ich auf jeden Fall wieder noch die Wand hinsetzen, damit du es nicht erschlagen kannst! Aber ich komm da nicht mehr lang! Jetzt eh mal den Trick rein!